An der Hand von Amelie präsentiert sich nun der dreijährige gekürte Vitalis-Hengst Virtual Story. Das Licht der Welt erblickte Virtual Story auf dem Gestüt Osthoff. Der Vater ist Vitalis, der Vivaldi-D-Day-Sohn, der seinen Kindern eine besondere Aura in die Wiege legt. Auf der Mutterseite kommt dem Pedigree der Donnerhall-Pik-Bube-Sohn, Don Primero. Weitergehend Sandro Hitt und Rupinstein. Aus diesem Mutterstamm kommen viele erfolgreiche Dressurpferde, Elite-Stuten und Prämienhengste, wie zum Beispiel Dreamcatcher und Franklin's Love. Dies ist der Oldenburger Stamm der Love Story. Virtual Story bewegt sich so taktmäßig wie ein Metronom. Und man kann zu Recht sagen, dass er hier unter seinem Reiter Joao absolut beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie ausbalanciert dieser erst dreijährige Hengst schon ist. Bei diesem Genpool wird es sicher nicht nur sportlich, sondern auch züchterisch eine große Story weiterführen. Falls Sie weitere Informationen zu Virtual Story, seinen Auktionskollegen oder der Auktion im Allgemeinen wünschen, stehen Ihnen unsere Verkaufsberater jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir beraten Sie gerne persönlich in Hagen und Ankum oder aber per Telefon, FaceTime und allen weiteren digitalen Kommunikationsmitteln. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020